Wenn an dieser Sache tatsächlich etwas dran ist, dann wäre das eine absolute Sensation und wir würden wahrscheinlich schon bald Leben auf dem Mars finden. Einige Medien hatten gemeldet, dass die US-Raumfahrtbehörde bereits vor rund 40 Jahren, also die NASA bei der Viking-Mission, organische Moleküle auf dem Mars gefunden habe, diese dann aber versehentlich bei der Analyse verbrannt hatte. Wie genau soll das damals abgelaufen sein und was ist dran an dieser mysteriösen Behauptung? Clixoom Science & Fiction, herzlich willkommen! Das war vor 42 Jahren der absolute Hammer. Im Juli 1976 landete die berühmte NASA-Sonde Viking 1 auf dem Mars. Einige Wochen später auch ihre Schwestersonde. Die erste erfolgreiche Landung auf dem Mars überhaupt. Die Mission bestand aus zwei Orbitern, die den Mars umkreisten und zwei Landern, die auf dem roten Planeten aufsetzten. Schon beim Landeanflug jubelte das Forschungsteam, denn die Erforschung des Mars nahm endlich konkrete Züge an. Dazu der NASA-Historiker Glenn Boggess. Das war das erste Mal, dass wir gute Daten bekamen. Zum Beispiel aus der oberen Atmosphäre, bevor die Physik des Wiedereintritts ein Thema war. Dann konnten wir sehen, wie langsam sich der Lander durch die Atmosphäre bewegte. Wie dicht sie war, die Temperatur, sodass wir die Hitzeschilde besser verstehen konnten. Vier Experimente waren an Bord der beiden Sonden. Das Ziel der Mission, Fotos der Landestelle machen, lebendige Organismen im Boden aufspüren. Und tatsächlich. Die Mission hatte am Ende spektakuläre Fotos, biologische Analysen und Wetterdaten zum Ergebnis. Und sie prägten das Bild vom Mars, wie man es bis in die 90er-Jahre hatte. Doch die eigentliche Frage nach Leben auf anderen Planeten lieferten nicht die gewünschte Ja-Antwort, die den Weg freigemacht hätte für weitere Mars-Missionen. Letztendlich lieferten die vier Experimente kein eindeutiges Ergebnis zu dieser Frage. Die Resultate waren schwer zu erklären und konnten stattdessen so oder so interpretiert werden. Handelte es sich nur um chemische Reaktionen im Zusammenhang mit dem Mars-Boden oder waren sie doch als Hinweis auf organisches Leben auf dem Mars zu interpretieren? Beispielsweise beim Stoffwechsel-Experiment. Hier gab es bei der ersten Probe von Viking 1 ein positives Resultat, das die Forschungsteams damals euphorisierte. Der Anstieg der Zähler deutete zunächst auf einen hohen Umsatzwert eines Stoffwechsels hin. Also wie bei uns, bei Menschen die Verdauung. Bei der weiteren Zugabe von Nährlösungen allerdings sank der Wert wieder. Also Leben hätte hier mit einem weiteren Anstieg reagieren müssen. Dafür war die Blindprobe unauffällig. Also doch ein Hinweis auf organisches Leben? Auch das Photosynthese-Experiment lieferte leichte positive Resultate. Dennoch waren die Ergebnisse auch hier nicht wirklich eindeutig. Der wissenschaftliche Diskurs über die Frage ging weiter. Jahrelang wurde auch vermutet, dass bereits vor dem Start der Sonde organisches Material der Erde in die Öfen gelangt war, dass es auf dem Mars komplexe organische Moleküle gibt. Das wissen wir mit voller Sicherheit. Ja, seit 2012 das hatte Curiosity bewiesen. Der Mars-Rover hatte kohlenstoffhaltige Verbindungen aufgespürt, die als wichtige Voraussetzung für Leben gelten. Erst im Juni hatte die NASA gemeldet, dass Curiosity weitere wichtige Bausteine für Leben entdeckt hatte. Die Analyse der Gesteinsproben, die übrigens auf ein Alter von mehr als 3,5 Milliarden Jahren geschätzt werden, ergab wohl auch organische Verbindungen wie Methylthiophen. Das ist ein Hinweis darauf, dass die klimatischen Bedingungen in der untersuchten Marsregion vor einigen Milliarden Jahren wohl lebensfreundlich gewesen sein könnten. Doch das Rätsel der Wiki-Missionen von vor 40 Jahren ist immer noch nicht geklärt. Ein Forschungsteam der NASA selbst hat jetzt versucht, Erklärungen zu finden und jetzt haltet euch fest, die Vermutung steht im Raum, dass die eine der beiden Viking-Einheiten tatsächlich organisches Material aufgespürt hatte. Dieser wichtige Fund dann aber bei der Datenanalyse in der ferngesteuerten Maschine verbrannt wurde. Aus Versehen. Ursache für dieses Malheur könnte nach Ansicht des Forschungsteams die Verbindung namens Perchlorat sein, eine Art Brandbeschleuniger, die Chemikalie wird auch hier auf der Erde in Brandbeschleunigern eingesetzt. Diese Perchlorate wurden vor etwa zehn Jahren auf dem Mars aufgespürt und zwar durch die Landesonde Phoenix. Sie könnten auch dafür gesorgt haben, dass sich die Öfen damals stärker erhitzt hatten als geplant. Dabei könnten sich die empfindlichen Proben in den Öfen der Viking-Länder entzündet haben, sodass diese zerstört wurden. Diese Hypothese bestätigte das aktuelle Forschungsteam jetzt. Dieses Szenario ist nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sogar noch wahrscheinlicher geworden, seitdem der jüngste Mars Rover 2013 nicht nur organische Moleküle, sondern auch Chlorbenzol-Moleküle aufgespürt hatte. Denn diese entstehen bei der Reaktion von Kohlenstoff und Perchloraten. Und auch die Landeeinheit Viking 2 hatte wohl Spuren von Chlorbenzol entdeckt, berichtete das NASA-Forschungsteam jetzt. Doch so klar ist das ganze Szenario dann wohl doch nicht. Schließlich ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass die Öfen mit Material von der Erde verunreinigt waren. Auch diese Moleküle könnten mit den Perchloraten reagiert haben. Ein Gegenargument allerdings ist, dass die kohlenstoffartigen Substanzen von der Erde eigentlich schon bei niedrigeren Temperaturen hätten reagieren müssen. Ja, vielleicht wird uns aber die Exo-Mars-Mission, die 2020 auf dem Roten Planeten landen soll, weitere Erkenntnisse dazu bringen. Es ist also tatsächlich möglich, dass wir schon bald Leben auf dem Mars entdecken. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube, wo also nur manchmal sagen wir mal oder ab und zu ein Video auftaucht von einem Kanal, den ihr abonniert habt. Und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich vor jedem Upload, vor allen anderen. Also taglich garantiert, wenn ein Video online geht, einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal klickst um Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Außerirdisches Leben auf dem Mars, neue Indizien. Bis dann, bleibt dran!